Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon GO. Ich bin Chaos Lady und endlich die Ankündigung zum 19. Oktober. Ich hatte so ein paar Gespräche mit manchen Pokémon GO Trainern und habe immer wieder gesagt, naja, also vom 19. braucht ihr nicht mit einer Ankündigung rechnen. Aber das Krasse ist, wann das Event anfängt, dazu aber gleich. Jetzt erstmal gucken, was haben sie hier geschrieben? Interessant ist, hier steht Nebulak, Traumato, Tragosso und andere gruselige Pokémon kehren an Halloween zurück. Klingt wie letztes Jahr, nur letztes Jahr gab es gar kein Traumato, also vor allem nicht so vermehrt. Plus dann noch Zubiris, Banette und weitere Geist-Pokémon aus der Höhenregion. Ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, weil es kein Ö ist. Ja, an für sich, also das sind so viele Pokémon, dass es wird interessant. Ich glaube, wir werden zu Halloween keine Taubsis sehen. Was für manchen vielleicht dann traurig ist, weil man ja mit Taubsi zehnmal besser leveln kann. Und es gibt ja schließlich Bonbons. Es ist Halloween, natürlich gibt es Bonbons. Aber eins nach dem anderen. Generation drei kommt nach und nach. Im Dezember steht hier drin. Das nächste, wann es anfängt, steht hier. Beginn 20. Oktober. Fangen wir vielleicht mal mit dem Beginn an. Wahrscheinlich ab 22 Uhr. Aber denkt bitte an das Pikachu mit Partyhut. Oder welches Pikachu? Nee, Pikachu mit Eschmütze. Da hat zwar das Event um 22 Uhr angefangen, aber das Pikachu mit Mütze, also das Pikachu war dann auch da, aber die Mützen waren nicht da. Ja, denkt daran, Niantic baut auch gerne mal Mist. Und daher, ich glaube auch, ich weiß nicht, wie oft sie sich an die 22 Uhr gehalten haben. Wahrscheinlich auch nicht immer. Man kann auch manchmal schnell von 22.30 Uhr ausgehen. Für mich wird es morgen schwierig, bis 22 Uhr noch draußen zu sein. Ich bin morgen schon ab 15 Uhr in Offenburg. Wenn ich dann noch bis 22 Uhr zocke, oi, dann gute Nacht. Genau. So, und das Ganze geht bis 22. November. Finde ich schon mal richtig gut. Ist das länger als eine Woche? Das ist ja richtig klasse. Also mir gefällt es sehr gut, dass das so lange geht. Und als nächstes, natürlich, was wir leider aber alles schon wussten, ist, dass es Pikachu mit Mütze kommt. Wissen wir schon. Mimikma-Mütze für dein Avatar. Wissen wir schon. Jetzt kommt wieder was. Doppelte Bonbons. Doppelte Bonbons für Kumpel-Pokémon, für Pokémon-Fangen, fürs Ausbrüten, fürs Verschicken. Im Endeffekt eigentlich für alles. Das Einzige, was sie nicht erwähnt haben, dass beim Arena-Füttern vielleicht zwei Bonbons rausfallen, statt nur eins. Aber, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bonbon rausfällt, ist so selten. Also, falls es einem auffällt, ja, könnte ich es ja sagen. Ich denke, es wird einfach alles mal zwei genommen und fertig. Das wird toll. Vor allem bei neuen Pokémon hat man ruckzuck die Bonbons zusammen, um sie weiterzuentwickeln. Aber viel geiler ist vielleicht die Shinies. Die werden hier nicht mal erwähnt. Komisch. Und noch krasser oder cool ist, das Bild ist vielleicht auch sehr interessant, das können wir uns auch mal gleich vielleicht in etwas Größer angucken, es gibt Shop-Pakete. Fand ich interessant. Ich habe einen Kommentar, eine Twitter-Nachricht von Spiele-Trend-Chilling gesehen. Und er hat gemeint, oh nee, die werden da jetzt nicht schon wieder Pakete bringen, die haben doch gerade erst Pakete gebracht. Zack. Es sind wieder Pakete da. Und was wird drin sein? Sie haben geschrieben, Raid-Pässe und Super-Brut-Maschinen. Oh, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Ob ich einen Livestream machen kann. Nee, ich kann ja nicht noch, ich kann ja nicht zweimal am Tag einen Livestream machen. Das wäre echt übel. Und als letztes. Und als letztes dann noch, Niantic hätte gerne unser Abenteuer, wie schreiben sie es hier? Sie möchten gerne unser Abenteuer miterleben und deswegen sollen wir in den sozialen Netzwerken unsere AR-Fotos auf Hashtag Pokémon-Go-Halloween teilen. Ja, Niantic, wie wäre es, wenn ihr mal dann das AR-Fotofunktion in der App mal repariert? Bei mir auf dem Samsung Galaxy S6 funktioniert es definitiv nicht. Ich habe es zweimal getestet. Einmal mit AR-Screen-Rekorder und einmal ohne und es funktioniert nicht. Ich drücke auf den Knopf und es passiert gar nichts. Und ich meine, das ist bei vielen von euch auch so. So, das ist das Bild. Ja, wir sehen, klar, das X-Bad natürlich zu sehen ist, ist ja logisch. Das ist klar. Interessant ist eigentlich dieses Hundemon, definitiv. Über Hundemon würde ich mich echt freuen, da doppelte Bonbons sammeln zu können, weil ich habe definitiv nicht genug Hundemon-Bonbons. Ich weiß, ob ich es jetzt unbedingt pushen muss. Im Moment nicht. Theoretisch sollte ich eigentlich eher etwas pushen, das vielleicht eher Richtung Despotar geht. Vielleicht. Also, wenn man zu viert kein Despotar schafft, dann habe ich das Gefühl, ich muss da irgendwas pushen. Das ist einfach so. Auch wenn es vielleicht zu viert wirklich... Also, uns haben eigentlich vielleicht auch nur drei Sekunden gefehlt. Ach Mann, schade. Na ja, was soll's. Wir sehen uns morgen. Ich würde sagen, ihr seid mir bestimmt nicht böse, wenn es heute jetzt kein zusätzliches Pokémon-Go-Video kommt. Es gibt morgen einfach einen Livestream. Bereitet euch darauf vor. Nehmt euch die Zeit. Ich gehe mal davon aus. Also, wenn alles klappt und es nicht... Und das Internet spielt mit, dann hätte ich gesagt, sagt, ha ja, dann lass uns doch einfach mindestens eine Stunde oder eineinhalb. Aber mehr sollten es, glaube ich, nicht sein. Ich habe noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Und ach, ich wollte ja noch sagen, es tut mir echt leid, dass jetzt diese Ankündigung so spät gekommen ist. Aber ich hatte leider noch was auszuliefern. Und deswegen... Ich wollte es echt früher bringen. Ich habe es gesehen, direkt nach der Arbeit um 16 Uhr, habe ich es schon gesehen und gedacht, ach Mann, schade, dass ich es gerade nicht aufnehmen kann. So, dann wünsche ich euch viel, viel, viel Spaß und Erfolg im Halloween-Event. Am liebsten würde ich ja sogar noch mal meine ganzen Medaillen zeigen, um später das auswerten zu können, was ich dann eigentlich für Erfolge gesammelt habe. Aber vielleicht kann ich das auch dann noch mal schnell im Livestream machen. Dann hätten wir das dort. Ich bin so gespannt. Ja, aber bis 22 Uhr morgen noch zu warten, das ist ja doch länger als 24 Stunden. Verdammt. Ich wollte Tschüss sagen. Bis zum nächsten Mal. Oder bis morgen eigentlich.